Hey Leute, willkommen zu einem neuen Update-Video von mir. Die Fragen werden immer wieder gestellt. Kero, wohin werden wir mit dem Bitcoin-Preis in den nächsten Stunden, aber auch in den nächsten Tagen gehen? Wir haben jetzt gerade in unserem Bitcoin-Chart so einige Hinweise darauf, beziehungsweise ebenfalls einige Pattern, die uns möglicherweise einen Hinweis darauf geben könnten, wohin wir in den nächsten Stunden, aber auch in den nächsten Tagen mit dem Bitcoin-Preis hingehen werden. Wie zum Beispiel hier gerade in unserem Bitcoin-Einstunden-Chart können wir sehen, dass wir hier in diesem Bereich einen mehr oder weniger Support gebildet haben. Aber wenn wir einmal rübergehen in unseren Bitcoin-4-Stunden-Chart, hier haben wir nach wie vor diesen so wichtigen Widerstand vor uns. Nicht nur das, Leute. Ebenfalls entwickelt sich in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart hier gerade in diesem Bereich ein neues Pattern, welches eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür hat, dass wir nach oben ausbrechen. Ich werde in diesem Video ganz genau und detailliert auf all diese Details eingehen und versuchen, euch einen Einblick darüber zu verschaffen, wohin wir in den nächsten Stunden, aber auch in den nächsten Tagen mit dem Bitcoin-Preis hingehen werden. Also Leute, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr diesem Video einfach einen Daumen nach oben gebt, diesen Channel abonniert und die Glocke aktiviert, denn nur so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein Video oder ein Eil-Update hochlade. Herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist CryptoKero. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen spannenden Bitcoin-Video. Und damit starten wir einmal mit unserem Bitcoin-1-Stunden-Chart. Wie gesagt, hier in diesem Bereich können wir jetzt gerade erkennen, dass wir einen mehr oder weniger stärkeren Support in diesem Bereich gebildet haben, bei in etwa 35.800 Dollar. Wir können ebenfalls erkennen, dass wir einige Male bei dieser Support-Linie bereits angekommen sind. Jedes einzelne Mal haben wir einen Support erhalten und sind dann letztendlich wieder nach oben gegangen. Hier in diesem Bereich sind wir einmal sogar kurzfristig unter diesen Support gerutscht, aber jetzt gerade können wir sehen, dass wir mit dem Bitcoin-Preis weiter und weiter nach oben gehen. Eine Sache gefällt mir allerdings an der ganzen Situation nicht. Wir sehen zwar, dass der Bitcoin-Preis nach oben geht, aber im gleichen Moment gehen wir mit dem Bitcoin-Volumen nach unten. Das ist kein allzu gutes Signal, denn wenn der Bitcoin-Preis nach oben geht, aber das Volumen nach unten bedeutet, dass so viel wie, dass dieser Preisanstieg nicht wirklich aussagekräftig ist und wir müssen davon ausgehen, dass dieser Preisanstieg nicht besonders nachhaltig sein wird. Auch bedeutet das so viel wie, dass wir weiterhin davon ausgehen müssen, dass der Bitcoin-Preis dann letztendlich wieder nach unten krachen wird. Aber, falls wir mit dem Bitcoin-Preis nach unten gehen sollten, sollten wir maximal bis auf die 35.800 Dollar rutschen, denn ansonsten ist die Gefahr groß, dass wir mit dem Bitcoin-Preis noch viel stärker nach unten gehen müssen. Natürlich befinden wir uns hier lediglich in unserem Bitcoin-Einstunden-Chart und ich versuche euch alle möglichen Informationen mitzuteilen, denn die CryptoKero-Community soll wie immer auf jedes mögliche Szenario vorbereitet sein. Ich werde aber auch nochmal detailliert darauf eingehen, was ich persönlich glaube, was wir in den nächsten Stunden erwarten können. Aber gehen wir nun einmal in unseren Bitcoin-4-Stunden-Chart. Wie gesagt, bereits am Anfang des Videos hatte ich erwähnt, dass wir hier einen sehr, sehr starken Widerstand haben. Dieser Widerstand ist bereits seit dem 9. November 2021 in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart und auch hier können wir erkennen, dass wir bereits einige Male bei dieser Widerstandslinie angekommen sind, aber jedes einzelne Mal wurden wir auch in diesem Fall von dieser Widerstandslinie rejected und sind dann letztendlich mit dem Bitcoin-Preis erneut nach unten gegangen. Aber umso öfter ein Widerstand angetestet wird, desto wahrscheinlicher wird es dann auch letztendlich werden, dass wir diesen Widerstand durchbrechen können. Natürlich das gleiche gilt auch für eine Support-Linie. Aber jetzt in diesem Moment testen wir die Widerstandslinie an und nicht die Support-Linie. Das bedeutet, wenn wir es hier schaffen sollten und jetzt über diese Widerstandslinie gehen können, hier bei 40.000 Dollar, kann ich mir auch vorstellen, dass wir noch weiter mit dem Bitcoin-Preis nach oben gehen können. Natürlich kommt es dann in diesem Moment darauf an, mit was für einem Volumen wir über diese Widerstandslinie ausbrechen. Falls das genauso wie hier im Bitcoin-1-Stunden-Chart mit einem niedrigen Volumen sein sollte, ist dann auch eher davon auszugehen, dass der Preisanstieg nicht wirklich nachhaltig ist und auch in diesem Fall müssen wir davon ausgehen, dass der Bitcoin-Preis dann letztendlich wieder nach unten gehen wird aber wie gesagt, hier in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart haben wir hier in diesem Bereich ein neues Pattern, welches zwar noch nicht komplett sich gebildet hat, aber wenn es einmal der Fall sein sollte und wir hier über diese Netline bei Netwar 39.000 Dollar ausbrechen können, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir dann letztendlich über diese Widerstandslinie ausbrechen können und sogar noch weiter gehen mit dem Bitcoin-Preis. Ich möchte euch an dieser Stelle auch nochmal das Preisziel aus diesem Pattern anzeigen. Erst einmal möchte ich hier bei Netwar 39.000 Dollar diese Netline einzeichnen und wenn wir dann noch eine Linie hinzufügen, diese Linie nach unten ziehen bis zu dem tiefsten Punkt von diesem potenziellen W-Pattern und diese Linie einmal hier oben draufsetzen, können wir sehen, dass das theoretische Preisziel aus diesem potenziellen W-Pattern bei Netwar 46.000 Dollar liegen würde. Natürlich ein sehr, sehr angenehmes Preisziel, ein ziemlich bullisches Preisziel für Bitcoin in den nächsten Stunden, aber auch in den nächsten Tagen. Aber Leute, merken wir uns einmal diese Stelle hier bei 39.000 Dollar und gehen wir damit einmal rüber in unseren Bitcoin-Tageschart. Auch über diesen Chart habe ich bereits einige Male gesprochen. Ich möchte einmal gerne ranzoomen, damit wir noch mehr Details aus diesem Chart entnehmen können. Wir haben ja hier zuvor dieses Falling-Vatch gehabt. Aus diesem Falling-Vatch sind wir hier in diesem Bereich nach unten ausgebrochen, aber konnten dann hier bei Netwar 35.000 Dollar einen Support finden. Gestern in meinem Video hatte ich dann ja gesagt, dass wir es erneut schaffen müssen und in dieses Falling-Vatch reingehen müssen, denn wir haben hier mit dieser grünen Linie einen ziemlich starken Widerstand gehabt. Das war ja zuvor die Support-Linie von diesem Falling-Vatch und nach dem Ausbruch darunter ist es automatisch zu einem Widerstand geworden. Aber jetzt können wir gerade wieder erkennen, dass wir uns erneut in diesem Falling-Vatch befinden, so wie ich es gestern in meinem Video gesagt hatte. Aber zoomen wir dann erneut raus. Hier können wir nämlich erkennen, dass wir zwischen 41.000 Dollar und ungefähr 39.000 Dollar einen ziemlich starken Widerstand haben, den wir jetzt durchbrechen müssen, damit wir dann letztendlich sehr, sehr stark mit dem Bitcoin-Preis nach oben gehen können. Und am wichtigsten wird es sein, dass wir die 41.000 Dollar durchbrechen. Vielen Dank Leute, schreibt doch gerne einmal in die Kommentare rein, was glaubt ihr, wohin werden wir in den nächsten Stunden, aber auch in den nächsten Tagen mit dem Bitcoin-Preis hingehen? Ich bin wirklich extrem auf eure Antworten gespannt. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye. Bye.